Herzlich Willkommen in unserer Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Schwarzball Barklinikum. In unserer Fachklinik haben wir spezialisierte Teams für Endoprothetik, Traumatologie, Wirbelsäulenchirurgie, Kindertraumatologie und Sportmedizin-Sporttraumatologie. Unsere Klinik ist ein zertifiziertes überregionales Traumazentrum und an unserer Klinik ist auch der Rettungshubschrauber Christoph Elf der DRF Luftrettung mit 24-stündiger Flugbereitschaft stationiert. Wir decken in unserer Klinik ein sehr breites Leistungsspektrum ab. Das reicht vom schwer verletzten polytraumatisierten Patienten bis hin zur endoprothetischen Versorgung. Das bedeutet vom akut lebensbedrohlichen Notfall bis hin zu elektiven Eingriffen. Typisch ist bei uns, dass handwerkliches Arbeiten im Vordergrund steht. Wir operieren unsere Patienten mit modernster Ausstattung, mit aktuellen Verfahren und nach Möglichkeit minimalinvasiv. Im OP arbeiten wir als Team für den Patienten Hand in Hand mit unserer OP-Pflege, OTHAS, Anästhesisten und ARTHAS. In unserer Klinik gibt es eine Doppelspitze, bestehend aus Chefarzt und pflegerischer Klinikleitung, die zusammen die Klinik führen. Gemeinsam mit der Pflege kümmern wir uns um das Wohl unserer Patienten. Dabei sind die Einschätzungen unserer Pflege für uns sehr wertvoll. Klar ist, ohne Pflege geht es nicht. Zu unserem Team gehören auch unsere Physiotherapeuten. Bei uns kann man viel erleben, bekommt viel zu sehen und kann jeden Tag dazulernen. Selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten wird bei uns groß geschrieben und wir setzen auf flache Hierarchien und eine gute Zusammenarbeit. Ärzte in Weiterbildung werden von unseren Oberärzten gezielt gefördert. Darüber hinaus gibt es regelmäßige Schulungen, Fortbildungen und Teambesprechungen. Alle im Team pflegen einen engen Austausch, natürlich auch die MFAs. Toll ist, dass unser Chef immer ein offenes Ohr für uns hat. Es gibt viel Lob und manchmal können wir uns aber auch was sagen. Wir meistern also nicht nur unsere täglichen Aufgaben in der Patientenversorgung, sondern pflegen auch ein enges Miteinander, unternehmen Ausflüge und haben gemeinsam Spaß. Kurz gesagt, wir sind ein tolles Team, in dem jeder Einzelne respektiert wird.